Yo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee. Willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts. Neulich ein Video gesehen von Blackie Speaks. Ja. Da ging es um die, um Ross. Hast du das auch gesehen? Dass er wohl über sein neues Album redet? Mhm. Okay. Ich glaube, ich habe es angefangen und ich wollte es weitergucken. Der Tab ist bei mir noch offen. Ah, okay. Also im Endeffekt ging es einfach nur darum, dass er wohl eine bestimmte Anzahl von Verkäufen gemacht hat. Also von seinem Album. Tatsächliche Verkäufe, also nicht Streams. Irgendwie hat er so 54.000 in der ersten Woche gehabt oder so, was voll hoch ist. Vor allem bei ihm ist halt das Krasse, er ist komplett independent. Und nicht nur so ein Pseudo-Independent, sondern so ein richtiges, er ist einfach independent so. Ja. Und Billboard hat wohl irgendwie 5.000, 4.000 oder 5.000 seiner Verkäufe einfach nicht mitgezählt. Und Grund dafür war wohl, dass er, also auf Englisch hat er gesagt, because he incentivized his fans to buy. Was ich nicht so ganz verstanden habe. Also quasi. Das macht doch gar keinen Sinn. Weil er so meinte, das ist doch Marketing einfach. Ja, das macht doch jeder. Und er hat dann so voll auf Twitter so richtig viel gepostet. Und zwar nämlich, weil Billboard gehört einer Firma, die so ziemlich alles in der Musikindustrie besitzen, irgendwie gefühlt. Also denen gehören so richtig viele Medienoutlets, wie so Vanity Fair, The Hollywood Reporter. So ganz viele von diesen großen. Und die arbeiten dann mega eng mit so den Major-Labels alle zusammen. Und da gibt es wohl auch irgendwelche Überschneidungen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da war es so, dass quasi, er macht so dem ganzen Musikbusiness so ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung. Dadurch, dass er das angeht, wie er es angeht. Nämlich, dass er ohne zu sein und einfach komplett auf sich gestellt so Sachen reißt, die die ganzen Major-Artists nicht mal hinbekommen. Weil ich weiß nicht, also für Leute, die Russ nicht kennen, der spielt... Russer Artist. Also erstens, die Musik ist auch sehr, sehr gut, aber was der für Sachen reißt, das geht eigentlich. Also das ist unerhört, dass das bei Independent-Artists möglich ist. Also der spielt dann so einfach Arena-Touren und so, aber er ist nicht gesigned. Ja. Ich glaube, er ist eventuell co-signed von Dre. Vielleicht. Echt? Das heißt zum ersten Mal, dass er in irgendeiner Form zu Dre gesigned ist? Ja, warte, lass mich nochmal, warte. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er eine Zeit lang bei Columbia gesigned war. Und dann aber auch nur für die Alben, die er dort produziert hat. Aber dass er da rausgegangen ist. Seit 2020 schon oder so. Ich habe es gerade sogar gegoogelt, weil ich würde gerade nichts Falsches sagen. Co-signing im Englischen bedeutet nicht, dass man unter Vertrag genommen wird. Sondern eher so gecoacht wird-mäßig oder so support, so gementored? Ja, so supported oder so, zum Beispiel, wenn dir jemand einen Shoutout gibt oder sowas. Ja, okay. Dann sagt man so, co-sign by him. Aber er ist nicht unter Vertrag bei denen. Ja, genau. Aber das kann sein. Also es war mir schon klar, dass wenn es irgendeine Art von Signing selbst dann ist, dann ist es irgendwas ganz leichtes, kleines oder sowas. Ja, weil er macht money. Genau, er arbeitet halt aber mit den ganzen Großen und die supporten ihn. Und er ist da halt so in diesem Ecosystem drin. Ökosystem. Ecosystem ist im Englischen. Aber ohne, dass er halt Teil davon ist. Ja. Ja, auf jeden Fall haben die ihm random 5000 Dinger abgezogen. Oder 4000 Verkäufe. Und dann ist er halt aber voll ausgerastet und meinte so, ja, was denn das? So, ihr wollt mir... Also er meinte, es ging ihm gar nicht um die Zahl, sondern eher darum, dass so diese Mainstream-Plattformen ihm seinen Impact verkleinern wollen. Wohingegen aber Top of Billboard die ganze Zeit Artists sind, wo er meinte, die so alle gekaufte Streams haben. Und er meinte so, und es ist auch kein Geheimnis, dass die gekaufte Streams haben, weil wenn ihr euch mal manche Artists anguckt, die so 20 Millionen Hörer im Monat haben. Ja. Und dann gehst du zu deren Shows und da ist kaum jemand. Mhm. Dann meint er so, the math doesn't add up. Also, es rechnet sich halt nicht so. Das ergibt keinen Sinn von den Zahlen her. Und das war auf jeden Fall krass, weil ich glaube, die wenigsten reden so. Aber ich glaube, er kann das halt, weil er nicht Teil von dem Ganzen ist. Fand ich auf jeden Fall echt interessant. Vor allem, er ist ja ein Dude, er hat halt die Zahlen wirklich so. Ist halt voll verrückt, er geht so nach so... Er ist ja aus Amerika, er geht so nach Portugal oder so. Und macht so Shows, wo so 17.000 Menschen kommen. Hä? Ja, ist krank. Also, und nicht gesigned. Ja, wenn du so Ed Sheeran bist oder so, ist nochmal was anderes. Aber so, da ist so viel Label-Spending dahinter und so viel... Also, Leuten ist das oft gar nicht so bewusst. Die denken einfach so, ja, Ed Sheeran ist bald bekannt. Ist er auch. Aber da fließt so viel Geld rein, dass alles funktionieren kann, dass alles finanziert werden kann und so weiter. Und er ist einfach so ein Typ, der das macht so. Ziemlich heftig. Worauf ich eigentlich bei dem Ganzen hinaus wollte, ist, dass ich ehrlich gesagt nie so sehr darüber nachgedacht habe, über dieses Ganze, dass es anscheinend gängig ist, dass Streams gekauft werden. Also, schon mal davon gehört. Es gab ja auch selbst auch hier in Deutschland mal so eine Doku, die viral gegangen ist von so einem... Hieß der Kai oder so? Ja. Hat doch sogar so Sketches darüber gemacht. Dass er so Kai anruft oder so? Oder dass er keine Zeit hat oder sowas? Und ich meine auch, J. Cole hat sogar mal in einem Song darüber gesprochen. Millions from Machine. Was sagt er? Ja, irgendwie sowas. How many artists get their streams from machines? Irgendwie sowas. So ist die Line. Und dass das anscheinend so ein offenes Geheimnis ist, was die da alle wissen und so einfach durchgehen lassen. Ja. Voll. Also, sowohl Deutschland als auch sehr viel aus Amerika über die letzten zwei, drei Jahre im Generellen sehr viel immer, sehr häufig das gehört. Voll krass. Ja. Ich meine, das scheint sich ja dann... Also, ich denke mal, das scheint sich ja dann irgendwie trotzdem zu lohnen, das zu machen. Ja, weil ich habe mich gefragt, erst mal, ist das quasi nur so Ego-Push? Ich kann nicht damit klarkommen, wenn es mal schlechter läuft und warten, bis es wieder besser läuft und dafür sorgen, dass es besser läuft. Oder geht es einfach nur darum, dass so, je größer dein Schneeball ist, desto mehr Schnee grabt ist, wenn es die Lawine runter... Ja, quasi ein auf... ...den Berg runtergeht. Quasi ein auf, wenn du so wirkst, als ob bei dir läuft, dann sind alle an dir interessiert und wollen mal hören, warum du so gehypt bist. Also, weil wenn ich ein Restaurant aufmachen würde, würde ich auch einfach so 20 Leute bezahlen, die einfach so davor anstehen. Und das ist... Das erste Monat. Und das ist so das Äquivalent von Streams... Vielleicht. ...faken, oder? Vielleicht. Ja. Du bezahlst Geld. Ja, der einzige Unterschied ist, diese Zahlen bleiben beim Streaming und meine Gäste bleiben nur in der Schlange, solange ich sie bezahle. Ach so, ja, stimmt. Scheiße. Aber... Aber so ähnlich, ja. Ich habe zum Beispiel auch gehört, ich habe da noch irgendwie noch ein TikTok oder irgendwas dazu gesehen, dass es anscheinend sogar dann so ist, dass viele Major-Label-Artists das nicht wissen. Also im Sinne von, die glauben, die haben mehr Streams, als sie haben, bei denen das einfach nicht erzählt wird. Also, die bei den Labels entscheiden sich, ey, yo, lass mal denen pushen, damit das krasse aussieht, damit wir vielleicht mehr verkaufen können. Und die wissen es nicht mal, die Artists. Scheiße, Mann. Das heißt, bis zum Konzert, wo du dich dann auf einmal richtig wunderst, was geht hier? Ja, so, warum taucht hier niemand auf bei meinem Konzert? Das ist doch fucked up. Ja. Das ist richtig fucked up. Also, macht sogar voll Sinn, so, ey, je weniger Leute wir involvieren, desto weniger kannst liegen. Selbst wenn der eigene Artist das ist, wer weiß, was das war. Ja. Ob er seine Fresse aufmacht oder nicht. Und dann, wow, okay. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich dachte so, der Artist ist immer so irgendwie selber mit involviert. Mhm. Und er gibt das in Auftrag oder er will das oder was auch immer. Aber aus der Seite habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, voll verrückt. Aber ja, Mann, das ist ein rigged game. Ist schon krass. Ich habe zum Beispiel auch schon solche Vorwürfe bei YouTubern und Influencern gehört. Mit Views, meinst du? Mhm. Und ich weiß, dass sowas existiert. Ich glaube, ich habe das sogar mal im Podcast gesagt, dass ich so, es gibt so einen Dude, ich folge diesen Dude sogar immer noch, weil ich es einfach so interessant fand. Ich wollte so sehen, wie lange kann der das aufhalten? Der wirklich bei jedem Post... Sagst du mir Bescheid, wenn alles aufliegt? Mach ich. Ja, okay. Der wirklich bei jedem Post so... Also, sein Zahlenzufolge ist ja so übertrieben bekannt. Aber so niemand kennt diesen Dude. Und seine Kommentare sind immer nur voll mit so... mit so tausend Kommentaren untereinander. Und alle sind so Emojis. Ja. So, jemand macht Feuer, 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 Feuer. Dann macht jemand da runter so ganz viele Wellen. Dann macht jemand... Also, es ist immer nur das oder nur ein Feuerzeichen. Und dann hat er so tausend Kommentare. Aber so... Wenn man sowas im Internet nicht erkennt, dann ist das irgendwie so das Äquivalent zum in Real Life so richtig schlechte Sehstärke haben. Mhm. So, wenn du alles so verschwommen siehst. Ja. Das ist... So stelle ich mir deine Vision im Internet vor, wenn man das nicht erkennt. Also, inzwischen... Und auch diese ganzen Spam-Mails und sowas, die alle... Aber ich habe was Interessantes dazu gehört. Erzähl erstmal. Ja, das ist... Das ist so, würde ich sagen, inzwischen gleichgestellt mit dem nigerianischen Prinzen, der deine 100 Dollar braucht, damit er dir eine Million überweisen kann. Wann hat Geld jemals so funktioniert? Ey, dieser Scam hat früher richtig krass funktioniert. Es gibt einen Grund, warum der so bekannt wurde. Ja, true. Einfach ein Prinz ist richtig berühmt geworden, der nie ein Prinz war. Ach so, ja, stimmt. Oh, der arme, echte nigerianische Prinz. Hat Nigeria einen Prinz? Ich weiß nicht, falls ja, dann ist so... Sein Ruf ist so richtig zerstört, wenn er irgendwo ankommt. Du bist ein nigerianischer Prinz. Er will sich so eine Chick lernen, so, weißt du, was ich meine? Er geht so... Hey, Baby. Ich bin ein nigerianischer Prinz. Ja, ist gut, ist gut. Ich kaufe dir alles. Anscheinend hat Nigeria keinen Prinz. Okay, schade. Oder sehr gut für ihn. Ja. Ich habe irgendwo mal gehört oder gelesen, dass... Warum... diese Spam-Mails immer so stupid sind und so... Warum... Warum sind die nicht ein bisschen irgendwie... Schlauer? Weniger offensichtlich. Bisschen schlauer, bisschen... Ne? Aha. Und was ich gelesen habe, macht voll Sinn. Okay. Ist ein natürlicher Filter. Du willst gar nicht die Leute, die... Die Leute, das ist ein Test. Die Leute, die das durchschauen, mit denen willst du dich gar nicht herumschlagen, weil... Ach so, als Scam-Artist. Ja, weil als Scam-Artist... Scam-Artist. Hört richtig rausgeholt. Als Scam-Artist. So voll das Kompliment. Folgt mir auf Spotify und auf... Als Scam... Auf Hacking.com. Als Scammer einfach. Ja. Folgt mir als Scammer. Bis ich euch folge. Als Scammer... Willst du scheinbar gar nicht. Also, weil du hast eine begrenzte Zeit. Du willst gar nicht die Leute, die alles hinterfragen, so durchschauen und so weiter, weil... Jetzt ziehst du die an Land. Ja. Und nach ein, zwei Schritten wird es den Suspekt, muss mit denen herumstreiten, hast Zeit investiert und die springen am Ende ab, weil je weiter es geht, desto mehr checken die... Du wirst mich doch verarschen. Das heißt, wenn du von Anfang an diesen Filter quasi machst und du kannst ja so viele Leute kontaktieren im Zeitalter von Internet und Automation und sowas, kannst du tausende Mails rausschicken und darunter werden ja schon Leute dabei sein, die das nicht checken, sich darauf einlassen und die sind viel, viel leichteres Spiel dann später. Ah. Also es war das... Von dir jetzt gerade so ein indirekter Diss an alle, die darauf reingefahren sind, dass sie auch insgesamt dumm sind. Also ihr müsst auf jeden Fall an eurer Scharfsinnigkeit vielleicht einen kleinen Ticken arbeiten. Aber meintest du... Weil heutzutage ist es... Und davon sind jetzt so Eltern und sowas ausgenommen. Die sind einfach aus einer anderen Generation. Ich verstehe. Das ist so... Das ist unfair, das zu machen. Aber komm schon, wenn du so in unserem Alter oder noch jünger bist und so... Nee. Ja. Sollst du nicht drauf reinfallen. Ja, true. Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit... Ich glaube, wenn es mir angeboten werden würde, würde ich nicht die Fake-Streams nehmen. Nee. Und das sage ich jetzt nicht aus so... Weil ich der Moral-Man bin, sondern weil ich das Gefühl habe, dass dann deine Karriere auf einem Fundament gebaut wird, das nicht echt ist und es ist voll wackelig. Ja. Sobald das verschwindet, werden deine Zahlen mies dippen. Ich hätte allein schon keinen Bock irgendwie dadurch die ganze Zeit... Ja, okay, gut, wenn ich es selber weiß, dann weiß ich vielleicht auch so, okay, es kommen nur drei Leute zum Konzert. Aber ich hätte auch keinen Bock eigentlich irgendwie was zu kreieren, wo ich gar nicht mehr weiß, mit was habe ich es hier zu tun. Und was für Auswirkungen hat es, wenn diese Karteileichen da rumliegen, die nichts machen. Absolut. Also ich glaube... Okay, also andererseits... Jetzt, ich will gar nicht dafür sprechen, aber andererseits scheitert das ja, also die würden das ja nicht andauernd machen, wenn das nicht auch funktionieren würde. Achso, aber warte, ja, das sind fake, echte Fake-Streams. Echte Fake-Streams? Ja. Was ist das? Na, fake im Sinne von, es waren keine wirklichen Zuhörer oder Fans, die sich da hingesetzt haben und deine Musik hören wollten, sondern quasi ein Bot oder sowas oder eine Firma. Okay. Aber echt im Sinne von, dass die, wie auch immer die das machen, ja trotzdem, glaube ich, die Songs durchlaufen lassen, um diese Streams zu generieren. Ja? Ja. Und das macht einen Unterschied? Nee, mir ist nur gerade aufgefallen, es sind ja keine gekauften Abos, wo du dann irgendwie einen Kanal mit einer Million Abos hast und irgendwie deine Songs haben immer nur 10.000 Views. Ja. Und die Streams haben die echte Einwirkung wie echte Streams gehabt. Ach so. Ja, verstehe. Also das heißt, eigentlich kann es dir schon fast gar nicht schaden, bis auf, wenn du dann Konzerte hast und die Zahlen komplett verdreht sind. Und darauf hätte ich auch schon keinen Bock. Aber ich meine nur, scheinbar, also das macht gerade irgendwie immer ein bisschen mehr und mehr Sinn, warum die es machen. Warum die es machen, ja. Ich frage mich, aber also ich glaube, du bist, du weißt ja auch dann gar nicht, wo du wirklich bist. Ey, das würde mich für immer und ewig wahnsinnig machen, nie zu wissen, was habe ich jetzt wirklich erreicht. Weil es immer, also okay, doch, was du halt irgendwann wissen würdest, ist dann zum Beispiel, sagen wir mal, man würde das machen, gern würde ich nicht, aber sagen wir mal, man würde das machen und man lässt das eine Weile laufen, ich weiß nicht, Monate oder ein Jahr oder ich habe keine Ahnung und es wirkt nach außen so, als wärst du am Start so und dann interessieren sich vielleicht immer mehr Leute für dich und dann kommen vielleicht auch immer mehr echte Leute dazu und irgendwann würdest du dann so diesen Hahn abdrehen, diesen Fake-Hahn und dann müsste man so hoffen, dass das so sich stabilisiert hat und dass das dann irgendwie trotzdem läuft, aber müsstest du dann nicht trotzdem den heftigen Dip haben? Also mit Dip meine ich nicht so für Nachos, sondern für so, also keine Ahnung, du hast dir 100, ich sage jetzt random Zahlen, du hast 100.000 monthly Hörer dir gefakt und dann kriegst du dadurch, gainst du nochmal über 100.000 echte Hörer dazu, dann hast du 200.000 monthly Hörer, aber wenn du jetzt den Hahn abdrehst, dann hast du auch plötzlich nur noch 100.000 und dann sieht es trotzdem so aus, als ob du so einfach so den Fail gemacht hast oder nicht? Ja, es sei denn, es sei denn, du machst das so Ach so, schleichend? Ja. Ach so, ja okay. So mit so einem Gradient. So das, eigentlich steigen deine Hörer immer und du nimmst immer ein bisschen weg und es sieht aus, als ob du einfach konstant gleich bleibst. I guess. Aber ja, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Das würde auch so, that defeats the purpose, so weiß ich mal, das würde so komplett den Sinn verfehlen von dem. Aber Fakt ist, es passiert schon und wir konkurrieren damit. Ja, das ist nervig, dass man damit konkurrieren muss. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so jetzt auch direkte, direkte Konkurrenten klingt kacke, aber weiß ich mal, ob das jetzt so, das werden wahrscheinlich nicht nur die Stars machen, sondern auch so Leute, die so, und da weiß ich natürlich nicht, wer sowas macht, aber das ist natürlich kacke, wenn man, andererseits ist dann auch so ein bisschen das Ding, habe ich auch schon oft gehört, so kann dir doch egal sein, was andere machen, Hauptsache bei dir läuft es, wie es läuft und ich glaube, das Einzige, die Schwierigkeit ist dann nur, dass jede Person hat ja nur eine begrenzte Zeit im Leben und eine begrenzte Kapazität, bestimmte Musik zu hören und wenn quasi diese kompletten Kapazitäten gefüllt sind mit Leuten, die ihre Stream spotten und die dadurch nicht dazu kommen, deine Sachen zu hören, und das ist dann natürlich irgendwie kacke, aber I don't know. Es ist halt irgendwie in allen Bereichen, die irgendwie competitive sind, gibt es irgendeine Art Doping und sobald es Doping gibt, dann du musst in dieser Liga, wenn du in dieser Liga mitspielen willst, dann musst du auch dopen quasi, weil solange es immer eine Person gibt, die es macht, ist sie dir plötzlich so viel überlegen und wenn du das nicht machst, hältst du mit dieser einen Person nicht mit, das heißt, es braucht nur eine Person, um dieses ganze System zu kippen, wo man sagt, hey, lasst uns alle fair spielen, einer macht es nicht fair quasi, einer dopt und dann merken alle anderen, ey, scheiße, wenn ich nicht dope, dann kann ich da gar nicht mithalten, dann macht es der zweite und dann ist irgendwann die ganze obere Liga gedopt, weil die wissen, ich brauche da erst gar nicht, so wie Autotune, weil alles geautotuned wird, muss selbst Beyonce Autotune machen, weil, okay, mit Perfektheit durchgängig kann ich ja nicht mithalten und dann denken Leute plötzlich, ich bin schlechter als XY, die seit einem, seit letzten Sonntag singt. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und das geht bei, das, klar, natürlich in Sport wird es auch versucht, irgendwie immer mehr, also erstens bei Bodybuilding ja gar nicht, da gehört es ja scheinbar sogar dazu. Das ist so Teil davon, so ist dein Willkommensgetränk. Ich glaube, die haben einfach gemerkt, so wir können das nicht stoppen. Wir können das nicht aufhören. Genau, also da, ich glaube, bei sowas wie anderen Sportarten, wo du tatsächlich miteinander irgendwie eine Art Wettkampf hast und nicht nur dein Körper quasi miteinander vergleicht, sondern in direkten Wettkampf zueinander stehst, erst recht, wenn es dann kämpfen ist, da wird es, glaube ich, härter kontrolliert. Aber selbst da, wie oft haben wir schon gesehen, kam positiver Test raus, so hier, da, 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 also bist du plötzlich einfach viel stärker und regenerierst dich besser und da halt dann mit den Streams, da mit Auto-Tune, da mit, weißt du, was ich meine? In jedem Bereich gibt es dieses Doping und wenn du da eigentlich nicht mitmachst, kannst du schon fast nicht mithalten in dieser League. Aber was heißt das? Oder gar nicht, je nachdem. Sagst du mir denn nicht, oder eigentlich sagst du auch dann sogar damit, dass wir das machen müssen, wenn wir? Ja, buchst du gleich für mich ein paar mit? Ja, kann ich machen, kann ich machen. Danke, danke, nee, nein, also, bei ihm läuft es richtig krass, aber verglichen mit anderen Leuten, die so diese Hilfen bekommen, und ich meine, man kann auch sagen, scheiß drauf. Genau, das ist das Ding, er verdient so viel, dass es ihm voll egal sein kann eigentlich. Aber die Frage ist dann, aber die Frage ist dann, trotzdem schafft man es dahin, wo er überhaupt ist, ohne, und das werden wir sehen. Und wenn nicht, dann buch mir welche einfach. Wie jetzt? Buch du mir welche mit? Nee, ich will gar keine. Okay. Aria kriegt auf einmal einen Tag auf den anderen. Und Mann, jetzt so, wenn ich nächste Woche so den Erfolg meines Lebens habe, und so alles so richtig abgeht. Dieser Podcast immer rausgeholt. Ja, die werden für immer und ewig denken, ich habe alles gekauft. Also, ich will keine. Okay, ich auch nicht. Ich sage sogar, ich will keine. Ich will keine. Nee, aber also, jetzt ohne Spaß, will ich glaube ich wirklich nicht, weil dann, ich glaube, dann würde ich lieber einfach in der Juniorliga mitspielen, aber dafür da gut spielen. I don't know. Es ist irgendwie, ich will auch nicht, dass mein Konzert nur zehn Leute da sind. Das wäre auch kacke. Ja, das ist das Heftigste halt so. Anscheinend von Major Artists wurden anscheinend sogar, also wirklich so Leute, die man krass kennt, werden so öfters Touren abgesagt, aber die sind so weltbekannt und deren Touren werden so abgesagt, weil die verkaufst dann einfach überhaupt nicht. Aber warum? Aber du sagst, die sind trotzdem weltbekannt. Ja, genau, aber es gibt einen Unterschied zwischen weltbekannt. Zum Beispiel und du bist Fan von der Person und hörst die andauernd. Ja. Was ich meine? So, ja, die kennen, ihren Namen gibt es überall. Das heißt, du denkst, oder du meinst, dass sehr viele Künstler künstlich aufgeblasen wurden bis zu dem Punkt, dass wirklich weltweit sie gekannt werden. Ja. Aber die wurden einfach nur bekannt gemacht, nicht, da wurde keine Bindung aufgebaut. Genau. Die haben sich das nicht irgendwie, keine Ahnung, ja, aufgebaut, eine Verbindung mit den Zuschauern aufgebaut, Zuhörern aufgebaut und dementsprechend ist da irgendwie eine Connection und Interesse und so weiter. Genau. Okay, okay, ja, ja, verstehe. Ja, so zu schnell aufgebelasene Künstler. Und das ist sogar, man könnte dann denken, so, ja, mit der Zeit wird sich diese Connection schon machen und bei manchen klappt das bestimmt auch, aber ich glaube, bei vielen ist sogar das Problem dann, wenn sie schon eine Person campen, dann stempeln sie sie auch ab als, ah, das ist ein Artist, für den ich mich nicht interessiere. Ja. So jetzt zum Beispiel, also der macht sogar gerade ein Comeback, interessanterweise, so, aber zum Beispiel Low Pump damals. Mhm. So Gucci Gang und so und ist richtig bekannt geworden und alle haben das auch kannten auch diesen Song, aber die wenigsten haben so gesagt, so, boah, ich muss mich mal mehr mit Pumps Musik beschäftigen und so und wenige Leute waren Fan von ihm. Ja, ein, zwei Songs oder meinetwegen auch drei Songs liefen auf Partys vielleicht von ihm, aber, boah, lass mal Low Pump Konzert gehen. Gab's bestimmt auch so, ja, it's gonna be lit so, it's gonna be turned up oder sowas, aber ich glaube, dass so es auf jeden Fall jetzt nicht so eine Fanbase war von Leuten, die so, boah, Alter, Pump, deine Musik bringt mich durch schwere Zeiten, als du noch, Big Time, als du fünfmal hintereinander Gucci Gang gesagt hast, das hat auf jeden Fall meinen Tag gerettet. Ich weiß noch, damals hatte ich gar kein Gucci. Ja. I don't know, das ist ja jetzt nicht, also es ist jetzt ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das überhaupt auf ihn zutrifft, aber einfach so vom Ding her einfach. Ja. Es gibt dann Leute, man kennt die so und hat sogar was von denen schon mal gehört, aber Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, könnt ihr das tun, indem ihr entweder uns auf Streamingportalen folgt, Spotify, Apple Music, Amazon und so weiter. Und falls ihr neu hier seid und nichts davon wisst, wir machen beide Musik, checkt gerne auch unseren Spotify oder YouTube Kanäle, da gibt es ein paar Musikvideos. True. Damit wir nicht unsere Streams faken müssen. Ja man, genau. Hilft uns, unsere Streams nicht zu faken. Let's go. Die Links findet ihr in der Infobox oder ihr könnt auch auf YouTube könnt ihr aufs Video bestimmt klicken. Word. Ansonsten würde ich jetzt sagen, haut ihr riesen, peesen und good night San Francisco. San Francisco.